Wir haben jetzt die Information, es geht gleich los, wir müssen uns beeilen. Okay, morgen. Wir sind mit Erik unterwegs, Drohnenpilot. Ich bin der Hans, Euronews. Wir haben wenige Minuten Zeit, Sonnenaufklang. Ich habe einen Geheimtipp, Insider-Tipp bekommen. Das geht gleich los an der Grube. Wir haben 10 Minuten. Komm. Wir sind auf dem Weg zu einer der größten Braunkohlegruben Europas. Garzweiler ist da vorne. Und da startet gleich eine Geheimaktion von Kohlegegnern. Rings um den Tagebau patrouillieren Polizei und private Sicherheitskräfte. Hallo. Welche möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, wie viel. Und es sieht so aus, dass die Polizei jetzt dabei ist, zu räumen. Ja, okay. Der Tagebau Garzweiler. Eines der größten Braunkohlelöcher der Welt. 14 Dörfer wurden schon weggebaggert, 6 weitere, hier in Rot auf der Karte, könnten bald folgen. Heute Morgen sind von der Gruppe Gingangriff für das gute Leben 21 Menschen in die Grube geklettert und haben dort Schaufelradbagger und zwei Absetzer blockiert und besetzt. Sie sind draufgeklettert und bleiben dort, solange sie können und haben die Bagger zum Stehen gebracht. Während mein Kollege seine Drohne steigen lässt, schicken mir die Klimaaktivisten Bilder direkt aus der Grube. Wir blockieren heute Kohleinfrastruktur, weil die Verantwortung übernehmen. Die schlimmsten Folgen der Klimakommission sind jetzt schon in den Ländern des globalen Züges zu schuldigen. Im November könnte Lützerath abgerissen werden. Hunderte Aktivisten aus ganz Deutschland bauen ein Protestcamp. Lara und Sarah haben eine Geheimnummer, über die ich mit den Aktivisten, die sich oben auf dem Schaufelradbagger angekettet haben, reden kann. Dann kommen direkt die Fragen, okay? Okay, erzählt mal, wie das ablief in der Nacht. Traffe Gefühle. Wir haben uns aber alle total gefreut, als wir es dann endlich auf den Bagger geschafft haben. Es ist halt nicht so einfach, in eine Kohlegruppe zu gehen und einen Bagger zu blockieren. Was ist denn konkret eure Forderung an die Landespolitik, an die deutsche Politik? Unsere Forderungen sind jetzt bei der Aktion natürlich vor allem ein schnellstmöglicher Kohleausstieg. Das kann nicht sein, dass der Kohleausstieg erst bis 2038 geplant ist und schon auch Dörfer wie Lützerath abgebaggert werden sollen. Viele Lützerater sind bereits weggezogen. Doch Landwirt Eckhardt Heukamp hat sich entschieden zu bleiben bis zuletzt. Kaufangebote lehnte er ab und gegen die drohende Enteignung kämpft er vor Gericht. Ich möchte hierbleiben, weil das hier meine Heimat ist und weil wir seit vier Generationen hier leben und weil ich der Überzeugung bin, dass die Kohle nicht mehr abgebaggert werden muss, um Energie zu erzeugen. Greenpeace hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Die Politik soll den Braunkohleabbau hier stoppen, sofort. Hier in Lützerath am Tagebau Garzweiler 2 entscheidet sich, ob Deutschland seine Verpflichtung für das Pariser Klimaabkommen einhalten kann oder nicht. Unter Lützerath und den Dörfern liegen hunderte Millionen Tonnen Braunkohle. RWE will noch 900 Millionen Tonnen Braunkohle fördern. Diese Kohle muss am Boden bleiben, die Bagger müssen vor Lützerath stoppen. Und wir als Klimabewegung machen klar heute, dass Menschen sogar enteignet werden sollen für den Klimakiller Braunkohle. Vor Lützerath stoppen Aktivisten einen Kleinlaster. Aus Gittern errichten sie eine Straßenblockade. Die Polizei fordert zusätzliche Hundertschaften an, doch dann entscheidet der Einsatzleiter anders und schickt Kommunikationsbeamte zum Plausch mit den Black-Block-Leuten. Auch die Dorfbevölkerung will, dass alles friedlich bleibt. Mein Dorf soll irgendwann dem Bagger zum Opfer fallen. Uns ist vor allem auch super, super wichtig, dass wir ein Statement setzen und sagen, hier ist die 1,5 Grad Grenze. Wir möchten nicht, dass der Tagebau Garzweiler noch weiter ausgeweitet werden kann. Das ist meine Heimat und da möchte ich auch bleiben. Da hängt mein ganzes Herz dran. Die Aktivisten in der Grube schicken mir frisches Videomaterial ihrer illegalen Besetzeraktion übers Handy. Sie zielen auf einen Weltrekord. Die längste Blockade seit Erfindung des Schaufelradbaggers. Aus deutschen Steckdosen kommen immer noch 27 Prozent Kohlestrom. Wir verstehen überhaupt nicht, wieso immer noch EntscheidungsträgerInnen, die Machtinteressen von Großkonzernen und MillionärInnen verteidigen. Und dafür sind wir heute hier und streiten für eine klimagerechte Welt. Und weil uns klar ist, dass keine Bundesregierung das so in die Hand nehmen wird, haben wir gesagt, heute nehmen wir Kohlausstücke selber in die Hand. Sechs Dörfer sind bedroht vom Tagebau. Das Bistum hat der Entweihung der Backsteinkirche von Kajenberg bereits zugestimmt. Könnte eine Koalitionsregierung aus SPD, FDP und Grünen die Dorfzerstörung stoppen? Darauf hoffen Tina und Marita in ebenfalls bedrohten Kuckung. Für mich muss in Berlin ausgehandelt werden, dass der Kohleausstieg noch früher kommt und dass die Dörfer halt erhalten bleiben müssen. Warum soll mir ein Gericht sagen, sie werden enteignet zum Wohle der Allgemeinheit, um klimaschädliche Braunkohle abzubauern in Zeiten einer Klimakrise? Herbstwind über Bauschutt. Das ist alles, was geblieben ist von Immerath. Vor drei Jahren wurde die bekannte Doppelturmkirche zerstört. Verschwunden sind Windmühle, Krankenhaus und 900 Jahre Geschichte. Ja, 1200 Leute haben hier mal gelebt. Das war früher der Friedhof. Hier stand noch die Mauer. Die wurden alle umgesiedelt. Wir schauen uns mal in Neu-Immerath um, wie es da heute aussieht. Die Ersatzsiedlung liegt nicht weit weg, knapp außerhalb des Tagebaugebietes. Ich bin etwas überrascht, als sich bei einer spontanen Straßenumfrage herausstellt, dass recht viele Neu-Immerather Kohlestrom immer noch gut finden. Kohleausstieg so spät wie möglich, ganz klar. Weil viele Arbeitsplätze und meiner Meinung nach brauchen wir die Verstromung mit Braunkohle immer noch, ehe wir so weit sind, mit ökologischer Energie weiterzukommen. Kohle weg und dann, was machen wir dann? Nur aus Windrädern können wir unsere Haushalte, denke ich mal, nicht mit Strom speisen. Jetzt mittlerweile auch noch Autos laden. Also ich würde das, solange wie es geht, nach hinten herauszügeln. Zurück zum Protestcamp, wo Balthasar Melchior und seine Freunde weitere Baumhäuser bauen. Damit soll verhindert werden, dass der Wald über der Braunkohle abgeholzt wird. So wie Tarzan konnte ich noch nie klettern. Aber Lotte zeigt mir, wie es geht. Die Wohnbäume haben Namen. Wir wollen hoch auf May, benannt nach der französischen Anarchistin May Piccarrey. Ohne Risiko ist das nicht. Immerhin ist May stolze 17 Meter hoch. Das Problem ist, dass wir in einem kapitalistischen System leben, wo das Geld ganz viel Macht hat. Und es gibt einfach sehr reiche Menschen, die durch ihr vieles Geld sehr viel Macht haben. Und zum Beispiel in der Lobbyarbeit, da viel zu wenig Beschränkungen auch sind. Und dadurch sehr viel Einfluss ausgeübt werden kann. Bevor wir Tschüss sagen, rede ich noch kurz mit Jan, dem Wächter des Protestcamps. Der frühere Milchbauer lebt jetzt rund um die Uhr in der Mahnwache. Verlieren die Klimaschützer langsam die Geduld, will ich wissen? Wie lange wir den Deckel noch draufhalten können, ist unbekannt. Was weiß ich, was die Leute in fünf Jahren über die Sachen denken. Kann ich nie wissen. Vielleicht rennen die doch mit dem Randfackel in der Gegend rum. Keine Ahnung. Verbot. Wenn dann einer auf den Bagger klettert und haut ihnen die Scheiben raus, dann haut er ihm die Scheiben raus, kommt er für ein Glas. Aber wir werden ihn doch nicht runterholen deswegen. Doch die heutige Demo bleibt friedlich. Anwohner aus der Gegend machen sich gemeinsam mit den Aktivisten auf den Weg zu einem Dorfspaziergang. Nur wenige Tage vor der internationalen Klimakonferenz in Glasgow wird Druck aufgebaut, damit Deutschlands Politiker den Kohleausstieg hierzulande vorziehen. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin spielt auch das Thema Kohleausstieg wieder eine Rolle. Die Grünen wollen früher raus aus der Kohle. Die SPD möchte 2038 beibehalten. Die Klimabewegung radikalisiert sich. Gleichzeitig ist die Kohlelobby eng vernetzt mit Sozialdemokraten und Konservativen. Sprich, das gesellschaftliche Klima in Deutschland wird rauer. Möglich ist alles. Kohleausstieg schon 2030. So steht es im Sondierungspapier der potenziellen Koalitionspartner. Ein Funken Hoffnung für das Erdklima. Okay, let's go. Okay, wir sind wieder gegen Angriff für ein gutes Leben. Heute wieder am gleichen Amtsletzter wie vor zwei Tagen. Am Tag über gar 2002. Der Wager steht. Klimaschutz und Handarbeit.